Schönen guten Morgen! Ja, es ist wirklich ein schöner Morgen. Heute ist der erste Day Off, so heißt es. Das heißt einfach mal ein Tag nach einer, ja noch ungefähr zehn Tagen frei, zehn Tage mal kein Dreh entspannen und die ganze Kuba gestern gut feiern und ich nur ein bisschen. Ich mag nicht so gern feiern, hab geschlafen und jetzt, tja, schauen wir mal, wo es hier, Roca España, schöne Klettergebiete gibt. Tja, aber jetzt gibt es erstmal ein Café. Ohne Café geht gar nichts. Hallo, endlich am Kletterfelsen angekommen in Chayen. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, aber auf jeden Fall sind wir hier direkt unterhalb von einer Burg. Also wenn man da hoch sieht, war vielleicht nicht schlecht, aber echt ein cooles Gebiet. Und jetzt geht es zum Einstieg mal ganz locker los und dann schauen wir mal, was heute noch geht. Oder? Hallo. Ich bin auch da. Yes. Ja, auf geht's. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017